Papa, warum haben Fische kein Fell? Weil das ja dann dauernd nass wäre. Ja, das stimmt. Papa, schmeckt eigentlich Katzenfutter nach Mäusen? Ob Katzenfutter? Ich... keine Ahnung. Was meinst du denn? Weiß ich nicht. Das kriegen wir raus. Ich weiß auch schon, wer mir da fragen kann. Komm. Genau. Man muss nicht alles wissen, solange man weiß, wen man fragen kann. Und die Spezialisten rund um Snacks für Katzen und Hunde, das sind ganz sicher wir von RondoFood. Was man braucht, damit man zum Experten wird? Ganz einfach. Offenheit, Neugier, Fleiß, Fachwissen, Ambition, Zusammenhalt und natürlich Erfahrung. Unsere unternehmerischen Wurzeln reichen mehr als 120 Jahre zurück. Über 100 Jahre davon hat unser Familienbetrieb Puddingpulver, Backzutaten und Backmischungen produziert und schon sehr früh auch als Privatlabel distribuiert. National und international. Schön, dass ihr da seid. Diese 100 Jahre Marktkenntnis und Produktionserfahrung haben wir uns 1994 zunutze gemacht, als wir mit fünf Mitarbeitern RondoFood gegründet haben. Heute beschäftigen wir über 500 Mitarbeiter an drei hochmodernen Standorten. In Krefeld, in Halle und im irischen Arglow und sind starker Partner im Netzwerkverbund mit unseren österreichischen Partnern. Dieses International Treats Network ermöglicht uns länderübergreifend noch größere Produktionskapazitäten, noch mehr Produktvielfalt, noch mehr Vertriebs-Know-how für ausländische Märkte und noch mehr Erfahrungsaustausch auf höchstem Niveau. Obwohl wir weltweit jährlich circa 50.000 Tonnen Snacks und Treats für Katzen und Hunde produzieren und ausliefern, kennen uns die wenigsten Endkunden und Tierbesitzer. Warum? Weil sie RondoFood gar nicht kennen müssen. Weil wir konsequent auf Private Labels setzen. Weil wir uns als moderner Partner des Handels verstehen, produzieren wir für eine große Zahl von Handelsunternehmen und Handelsmarken. Mit höchster Produktivität, mit extrem kurzen Reaktionszeiten und natürlich in Spitzenqualität. Auch unsere nationalen und internationalen Handelspartner profitieren davon, dass sie für die große Palette von Snackprodukten nur ein leistungsstarkes, kostenbewusstes und flexibles Kompetenzteam benötigen. Mit unseren Produkten sind wir zum Beispiel in allen wichtigen EU-Märkten stark vertreten. Nun schauen wir im nächsten Schritt über den großen Teich und nehmen Australien, die USA und Asien ins Visier. Mitentscheidend für unsere positive Entwicklung ist die interne Produktentwicklung, denn die verschiedenen Handelsmarken wollen ihre Eigenmarken stärker unterscheidbar machen. Hierbei sind neue Snacks mit funktionalem Zusatznutzen, zum Beispiel für Zähne, Fell oder Gelenke und spezielle Rezepturen für junge und alte Tiere besonders wichtig. Wir investieren und arbeiten konsequent für den langfristigen Erfolg. Vertrauen, Verlässlichkeit und Fairness in den Geschäftsbeziehungen sind uns entscheidend wichtiger als schneller Gewinn. Und als Inhaber geführter Familienbetrieb sind uns partnerschaftlicher Umgang, Verbindlichkeit, Offenheit und Zusammenhalt mit unseren Kunden, Lieferanten und den Mitarbeitern genauso wichtig wie das Erreichen gemeinsam gesteckter Ziele. Weil man Erfolgsgeschichten am besten immer weiter schreibt. Weil wir wissen, wie es geht. Weil wir lieben, was wir tun. Ach so, zu Karlas Frage. Katzenfutter schmeckt nicht nach Mäusen. Muss es auch gar nicht. Aber wir können machen, dass es aussieht wie welche. Rondo Food. Wir lieben ihr Tier. Papa, warum weht ihr Hunde mit dem Schwanz? Weil die so zufrieden sind. Weil es Multiple Summen drin gibt. Went nach Mäuszen lawn.